Musik Auch dieses Jahr werden wir vom BKF Ihnen Weihnachten näher bringen. Wir zeigen auch heuer wieder Weihnachtsmärkte aus dem ganzen Burgenland. Heuer beginnen wir im Nordburgenland in Winden am See. Am Veranstaltungsplatz bei der Gemeinde haben viele Vereine ihre Stände aufgestellt. Die verschiedensten Waren, hauptsächlich Speisen und Getränke wurden angeboten. Vom Adventkranz, Glühwein, Bunsch, Tee bis zu Mehlspeisen, Broten, Spiralkartoffeln, Speck und Forellen waren viele Spezialitäten zum Genießen vorhanden. Um die Weihnachtsstimmung komplett zu machen, spielte die Blasmusikkapelle Winden am See weihnachtliche Lieder. Glänzende Augen und strahlende Gesichter waren bei den Kindern zu sehen, nachdem der Nikolaus eingetroffen war. Er hatte auch für jedes Kind Geschenke dabei. Machen Sie mit uns einen Lundgang durch den Weihnachtsmarkt. Musik 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 Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020